So, hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Super Smash Bros. Ultimate Folge. Ihr kennt das Spiel ja wahrscheinlich von den Channel News und ja, jetzt werden wir es mal, abgesehen von den Channel News, mal richtig spielen. Auch mit Cuts. Wir spielen Online Smash und ich kippe gerade auf die Fresse. Ich kippe fett auf die Fresse. Okay, wir werden das Ding jetzt wahrscheinlich verlieren, aber ich möchte ihn einmal raushauen. Ey, dieses Bein von dem Wichser. 2 zu 1. Ich muss auch sagen, das ist mein erster Smash-Hall, den ich spiele, also ich bin nicht gut. Und dieser Feuerschlag von dem Typ geht mir so auf den Zeiger. Also das Ding ist ja, ich habe etwa 5 Stunden Smash-Erfahrung. Kirby vs. Joker. Öh, er fällt runter. 1 zu 0. Oh. Nein. Fuck, weg mit dir. Weg. Oh. Fuck. Ich habe doch zugeschlagen. Zugeschlagen, Lösung bitte. 1 zu 1, fuck. Komm, er hat 66%. Das muss ich jetzt machen. Ja. Ja, nein. Du Wichser, du Wichser. Ich habe mich so gefreut. Nee, 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 nee. Kirby. Fall runter. Ja, 113%. Er ist gleich weg. Weg. Ja, nein. Wieso? Er hat 150%. Ich schlag 10 Mal rein. Er fliegt nicht weg. Ich habe unter 100. Er schlägt einmal rein. Ich fliege weg. Nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Oh nein, ein Vierer. Ey, ist gut. Irgendwann habe ich, glaube ich, rausgehauen. Ich bin aber nicht sicher. So. Habe ich ihn rausgehauen? Nee, ich habe mich rausgehauen. Was machen die? Was machen die Spasten da? Immerhin Dritter. Okay, es gibt jetzt wieder ein One on One. Gegen Samus. Okay, es geht gerade noch. Okay, 3 zu 2 ist gut. Die Junge hat jetzt 110%. Ey, wieso hat die so viel Leben? Weg. Fuck. Nicht schon wieder. 98% hat der. Ey, das war jetzt aber knapp. Okay, wieder 2 gegen 2. Äh, 2 gegen 2. 1 gegen 1. Gegen Little Mac. Batz. Hau ihn raus. Jawohl. All Glück gehabt. Hey, ich habe ihn doch geschlagen. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Schon wieder? Jawohl, endlich. Batz. Ich kenne ihn sein Ulti. Scheiße. Ich wusste, dass ich da weg muss, aber ich habe es nicht hingekriegt. Hat sie sich selbst... Ja, hat sich selbst ausgespielt. Nein! Die treffen müssen. Ja, ich glaube, ich verliere das. Hätte die Ulti getroffen, hätte ich das noch gewonnen, aber... Oh, nicht, Minion. Nein! Immer wenn bei dem K.O. steht, dann kriegt er mich mit einem Schlag weg. gegen Toon Link. Bombenprank? Jawohl. Jawohl. Raus! Oh, fuck. So. Scheiße. Hä, hä, es leckt. Das Problem ist, glaube ich, die Attacken von Kirby kennt, glaube ich, jeder. Und deswegen kann ich die Leute eigentlich fast gar nicht überraschen. Ey, ist gut. Ich habe gewonnen, oder? Sandef! Nicht schon wieder! Na, natürlich! Ey, nee! In letzter Sekunde lasse ich mich raushauen, und im Sandef verliere ich noch! Wir machen noch ein Match. So, letztes Match gegen den Enkling. Ey, was... Was springt die da die ganze Zeit so dumm rum? Da kannst du nicht mal reinhauen! Nee, ey. Das ist mir zu blöd, sorry. 3 zu 2 für mich. Oh! Okay, 2 zu 2. Aber sie hat 70%. 80. So. 2 zu 1. 101. Komm, ich hau dich weg. Okay, sie haut mich weg. Aber sie hat 101. Das kann ich fast nicht verlieren. Und draußen ist sie. Endlich! So, Leute. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr mehr Smash wollt, schreibt es gerne in die Kommentare oder in der Umfrage. Ansonsten, macht's gut. Bis dann. Ciao! Ciao!